Wenn ich mit meinen Kunden und Interessenten rede, dann höre ich da nur Negatives über LinkedIn, was ich schade finde, weil LinkedIn hat eines der riesen Potenziale, wie du wirklich sechsstellige Umsätze dort generieren kannst mit Softwareprojekten oder eben, wo ihr eure Dienstleistungen verkaufen könnt. Und das möchte ich dir einfach zeigen, weil auf dem Markt gibt es so viele, die irgendwie bezahlte Werbung oder die schreiben vielleicht in deinem Namen verkaufen und einfach nichts liefern. Und das finde ich so schade. Deshalb hier dieser LinkedIn-Leitfaden, der mir geholfen hat, sechsstellige Umsätze damit zu generieren, meinen Kunden ebenfalls. Und das möchte ich dir jetzt zeigen, damit du endlich weißt, wie das geht und damit du auch das nächste Mal, wenn dir jemand so eine Nachricht schickt oder du jemanden externes einstellen willst, genau weißt, ob der wirklich was drauf hat oder nicht. Kurz zu mir, 28 Jahre alt, war damals als Softwareprojektmanager unterwegs. Das Dokument, das du auch siehst, findest du unterhalb im Video. Wir haben da Schnittstellen zwischen ERP und CAD-Systemen entwickelt für namhafte Maschinenbauunternehmen, für den größten Baumaschinenhersteller, für einen der größten Automobilhersteller, aber auch im KMU-Bereich haben wir da viel gemacht. Und eben seit 2021 helfe ich Software- und IT-Dienstleistern dabei, aus der Vergleichbarkeit rauszukommen, den Zeit-gegen-Geldgeschäft zu entkommen mit einem skalierbaren Geschäftsmodell und am Ende den Geschäftsführer auch aus dem Tagesgeschäft zu entfliehen. Im Endeffekt. Aber lass uns jetzt mal anschauen, worauf es ankommt auf LinkedIn. Als erstes schauen wir uns mal die Mythen an, weil viele sagen, ja LinkedIn, das sind nur Selbstdarsteller. Ja, da stimme ich zu. Du musst auch nicht viel posten in dem Fall. Da gibt es eine andere Methode, wie man da wirklich Geld verdienen kann, weil die mit den vielen Follower, glauben ja, die verdienen nicht so viel Geld, wie vielleicht die anderen, die wirklich verstehen, wie LinkedIn funktioniert. Jetzt, viele sagen, LinkedIn ist das neue Facebook. Kann ich nicht ernst nehmen? Da werden nur politische Dinge oder populistische Dinge gepostet. Ja, auch, aber darauf konzentrieren wir uns nicht. Da antwortet eh niemand. Ich muss drei Jahre lang Beiträge posten, um mich da als, sage ich mal, Experte zu positionieren. Oder ich will mich vielleicht auch nicht als Selbstdarsteller da präsentieren. Auch ein häufiger Gedankengang. Vor allem, sage ich mal, bei uns Informatikern, die eher introvertiert sind, da zähle ich mich dazu. Viele denken auch, LinkedIn ist ein Vollzeitjob. Man muss da der große Kreative sein, Videos machen, Inhalte machen. Nächster Punkt, ich brauche ein großes Netzwerk. Auch total falsch. Wir haben da Kunden mit 200, 300 Leuten im Netzwerk, die darüber Termine buchen und auch Umsatz generieren. Dann das LinkedIn Premium. Schauen wir uns auch an, was es da braucht. LinkedIn ist nur für die Jobsuche. Das hat sich mittlerweile gelockert, dieser Eindruck. Aber da geht es auch um Kundengewinnung. Da kann man viel machen. Und eben die Selbstdarstellung, die wir schon hatten. Aber alles Mythen. Jetzt du hast zwei Optionen. Entweder du kannst diese Mythen glauben, was im IT-Markt extrem groß ist. Ja, die Social Media ist nichts für mich. Oder die andere Option, du machst das so wie unsere Kunden, die hier eben Kundengespräche buchen. Zum Beispiel hier einer unserer Kunden von der Rudolf-Schmidt-IT. Der hat davor auch schon LinkedIn gemacht. Aber die Resonanz, die er bekommen hat, durch unsere Methode, die wir uns jetzt auch hier anschauen, sucht seinesgleichen. Oder auch ein anderer Kunde, Patrick Cornelissen, hier innerhalb von 7 Stunden, 36 Minuten vom Erstkontakt bis zum Gespräch. Wie sie das geschafft haben und daraus auch Kunden zu machen, das schauen wir uns jetzt an. Also, als erstes ist mal wichtig, die richtigen Ansprechpartner zu finden. Das ist wie beim Fische fangen. Wenn du nicht weißt, wen du überhaupt brauchst, wen du ansprechen willst, dann wird es auch schwierig. Dann kannst du den nicht finden. Nächster Punkt, wir müssen eine Kontaktanfrage rausschicken. Dann bauen wir eine Geschäftsbeziehung auf. Keine Sorge, das dauert, du musst nirgendwo hinfahren. Das dauert auch nicht 5 Jahre, bis diese Geschäftsbeziehung aufgebaut ist. Das geht relativ zügig. Und dann geht es darum, den Termin zu buchen. Weil am Ende geht es ja darum, dass Geld bei dir auf dem Konto ankommt. Was du damit machst, ob du damit in den Urlaub fährst oder deine Mitarbeiter besser bezahlst, das ist dir überlassen. Dann schauen wir uns das mal an. Also, die richtigen Ansprechpartner finden. Wie mache ich das? Wenn ich jetzt keinen LinkedIn Sales Navigator habe, die Premium Version, kann ich das auch mit LinkedIn machen. Du klickst einfach oben auf die Suche, auf die Website und klickst auf Enter und dann kriegst du ganz viele Filtermöglichkeiten zum Beispiel. Du kannst hier wirklich Personen rausfiltern, ohne das ganze Netzwerk zu durchsuchen. Die allerwichtigsten Filter ist der Standort, klarerweise, dass man sagt, du, ich möchte Kunden aus Deutschland haben. Welcher Branche, die auch unterwegs sind, da empfehle ich dir wirklich zu schauen, welche Branchen sind generell erfolgreich, haben guten Cashflow, sind nicht von der Konjunktur abhängig, die sich auch ein Projekt in eurer Größenordnung leisten können und dann die Position ist auch wichtig, dass du jetzt nicht den Azubi anschreibst, sondern immer den Entscheider. Wer das bei dir ist, das kann man individuell herausfinden, ob das jetzt der Geschäftsführer ist oder der IT-Dienstleister. Dann, wie man das herausfindet, einfach mal bei einem bestehenden Kunden fragen, wie ist denn da der Entscheidungsprozess? Dann, wenn du etwas investieren möchtest, der Sales Navigator kostet, glaube ich, um die 80 Euro im Monat, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da habe ich mehr Filtermöglichkeiten, wie man hier auch im Screenshot sieht. Es gibt ganz viele Filter, aus meiner Erfahrung sind hier wirklich die vier wichtigsten Personalbestand, dass du vielleicht die kleineren Unternehmen rausfilterst, wenn du eine gewisse Unternehmensgröße für deine Lösung brauchst. Die Region ist auch wichtig, dass du sagst, du, ich möchte im Dachraum zum Beispiel nur Kunden gewinnen. Die Branche natürlich auch, aus dem Grund, wie wir davor auch schon gesehen haben. Und die aktuelle Position, ist das der Geschäftsführer, der IT-Leiter und so weiter. Dann, wie kann ich jetzt noch Kontaktpersonen finden? Was du machen kannst, ist sogenannte Influencer auf LinkedIn suchen. Das sind im Endeffekt Personen, die ein großes Netzwerk haben in deiner Branche. Du gibst zum Beispiel in der Suche ein, suchst nach Keywords, also hier investiere gerne etwas mehr Zeit, um diese Influencer rauszusuchen. Weil, was du machen kannst, wenn eine Person jetzt das Netzwerk nicht auf Privat gestellt hat, dass dann im Endeffekt du auf das Profil gehen kannst und unterhalb des Profilbildes siehst du dann diese 500 plus Kontakte, wo du draufklicken kannst. Und dann geht eine Liste auf des ganzen Netzwerks dieser Personen. Und wenn diese Personen wirklich als, nennen wir es mal, Ford Leader, um im Neudeutschen zu bleiben, dann sind diese Personen in dem Netzwerk wahrscheinlich auch in deiner Zielgruppe. Das heißt, wenn du nach Kontaktpersonen suchst, hast du hier im Endeffekt eine hohe Dichte daran. Weil darum geht es, eine Liste zu finden, wo die Dichte extrem hoch ist, weil je mehr, sag ich mal, deiner Personen, deiner Zielgruppe da sind, desto weniger Zeit musst du auch investieren. Dann hier eben wichtig, der Fokus auf die Entscheider. Ansonsten, wenn es um den Termin geht und dann auch um den Abschluss, drehst du einfach unnötige Schleifen und das verschwendet Zeit beim Kunden und auch bei dir wertvolle Ressourcen. Wenn du die Personen jetzt gefunden hast, geht es darum, eine Kontaktanfrage rauszuschicken. In-Mail tatsächlich kann man auch schicken. Das ist ein Premium-Feature vom Sales-Navigator. Kannst du dir so wie eine E-Mail vorstellen, auch an Personen, die jetzt nicht in deinem Netzwerk sind, würde ich eher abraten. Ist nicht so effektiv wie eine Kontaktanfrage, kannst du aber komplementär machen. Aber mach lieber die Kontaktanfragen, dann hilft das einfach mehr. Kontaktanfrage, damit du diese Person ins Netzwerk hinzufügen kannst und mit ihr danach chatten kannst. Das schauen wir uns an. Also, was nicht funktioniert, ist da irgendwie stundenlang auf der Website und dem Profil herumzusuchen nach Gemeinsamkeiten und nach Anhaltspunkten für die erste Nachricht. Das kostet extrem viel Zeit und aus der Erfahrung, also ich habe da über 80, 90 Anfangsnachrichten getestet, auch bei meinen Kunden, um einfach zu schauen, was am effektivsten ist. Und das steht in keinem Zeit-Nutzen-Verhältnis. Deshalb mach es lieber allgemeiner. Schreib jetzt nichts, was du auch in Person nicht sagen würdest. Also schreib da nicht was ganz komisches, keine Ahnung, wie geht es der Familie, aber das erklärt sich von selbst. Und was auch nicht funktioniert, direkt ein Angebot anzupreisen. Das kannst du dir auch abschminken. Was jetzt gut funktioniert, je einfacher, desto besser. Ja-Nein-Fragen, weil damit ist die Hürde zu antworten viel, viel einfacher, als wenn ich frage, ja, was ist eure größte Herausforderung? Dann fängt man schon an zu denken, ja, da Mitarbeiter und Umsatz und hin und her. Eine Ja-Nein-Frage kann ich schnell beantworten, mache ich einen Moment und die Antwortrate ist dann auch viel höher. Dann, ich habe gesehen, dass sie ebenfalls im Maschinenbau tätig sind, ist zum Beispiel eine Möglichkeit, das ebenfalls suggeriert, okay, ist das ein Lieferant, gehört der auch zu meiner Branche, denn den nehme ich mal lieber an, als dass ich ihn ablehne. Gemeinsame Kontakte ansprechen, auch extrem mächtig in dem Falle. Ich habe auch gesehen, dass sie mit dem Herrn Schwimmbacher vernetzt sind, zum Beispiel. Dann, sobald eine Person die Kontaktanfrage angenommen hat, da zwischen, sage ich mal, 20 bis 40% Annahmerate ist relativ normal. Das heißt, wenn du 100 Kontaktanfragen rausschickst mit einer Nachricht, dann ist generell das zwischen 20 und 40% die Anfrage annehmen. Dann geht es auch um die Geschäftsbeziehung über die Nachrichten auf LinkedIn. Da gibt es diese Chat-Funktion aufzubauen. Geschäftsbeziehung heißt jetzt nicht, irgendwie zwei Jahre auf LinkedIn vernetzt zu sein. Das zeigen auch die Beispiele vorhin von unseren Kunden. Da ist es effektiv so, dass innerhalb von wenigen Stunden, beziehungsweise wenigen Tagen es auch möglich ist, schon einen Termin zu buchen. Das ist extrem wichtig, dass du da nicht darauf wartest, dass jemand auch auf dich zukommt, weil dann wartest du sehr, sehr lange. Und LinkedIn wird für dich eher zum gescheiterten Projekt als zum erfolgreichen. Vergiss auch, dass hier zum Kaffee vorbeikommen oder zum Abendessen, ja, das kann man machen, ist aber nicht zwingend notwendig in dem Falle. Also, wie schreibe ich jetzt die Nachrichten? Dazu kommen wir zum Nachrichtenablauf. Als allererstes geht es mal darum, dass du die Leute qualifizierst. Ist diese Person überhaupt in meiner Zielgruppe? Das kann jetzt bereits in der initialen Nachricht erfolgen. Weil gehen wir mal davon aus, du bietest DevOps an. Das sehe ich nicht von außen, ob jemand jetzt zum Beispiel Asia einsetzt. Deshalb könnte man in der Anfangsnachricht reinschreiben, okay, ich habe gesehen, ihr seid auch in dem und dem Bereich unterwegs. Verwendet ihr Asia oder AWS? Und damit qualifizierst du schon mal, ob die Person auch in deiner Zielgruppe ist. Weil man manche Infos einfach nicht von außen sehen kann. Dann geht es weiter, dass du relativ zügig dich und auch dein Unternehmen vorstellst. Ansonsten stellt sich dein Gegenüber die Frage, hä, warum fragt der so komische Fragen? Was will der von mir? Deshalb da die Vorstellung. Genau, dass du nicht nur eine interessierte Person bist, sondern im Endeffekt auch ein Dienstleister. Versteck das nicht. Also geh nicht unter den Vorwort rein, ja, ich will vielleicht was kaufen. Weil wenn du danach dann einfach zeigst, dass du ihm was verkaufen willst und er davor den Eindruck hatte, du bist ein Kunde, dann verbrennst du den Kontakt komplett. Dann nachfragen, ob das Unternehmen ein Problem hat, das ihr lösen könnt. Und wenn ihr einfach zum Beispiel im Asia-Bereich immer wieder dieselben Herausforderungen seht, dann könnt ihr das mit einer A-B-Frage abklären. Du wolltest ja da mehr das machen oder das. Auch das gibt wieder zwei Antwortmöglichkeiten, was dem Gegenüber es vereinfacht in der Kommunikation. Weil du musst dir das so vorstellen, was ich mir immer vorstelle. Die Person sitzt gerade auf dem Klo, scrollt auf LinkedIn in dem Falle und antwortet dir da. Du bist einer von vielen, du kannst dir nicht erwarten, dass die den vollen Fokus haben, sondern machst der anderen Person deinem Gegenüber wirklich so einfach wie möglich beim Antworten. Dann geht es darum, das Problem zu verstehen. Finde genau heraus, was das Problem ist. Wie wirkt sich das genau aus? Was hat die Person, das Unternehmen vielleicht schon probiert, um es zu lösen? Warum hat es nicht funktioniert? Und hier ist auch die Empathie extrem wichtig. Was ich damit meine, schauen wir uns danach in den Beispielen an. Dann Einblick in die Lösung geben. Also, wenn du das Problem herausgefunden hast, geht es darum, deine Lösung zu pitchen. Und du siehst, wir haben jetzt eine Unterhaltung geführt und erst dann präsentierst du deine Lösung. Weil wenn du es davor schon machen würdest, dann würdest du dir alles verbauen. Es muss sich einfach anhören. Es muss logisch im Kopf klingen. Im Kopf des Interessenten, nicht auf deiner Seite. Das ist auch extrem wichtig. Und es muss interessant klingen, nicht etwas, das sie schon probiert haben. Wenn man hier zum Beispiel sagt, du, ich baue dir da eine neue Website, dann hat man das irgendwo schon mal gehört. Deshalb schau wirklich, wie kannst du deine Dienstleistung interessant verpacken, damit die auch wie etwas Besonderes klingt. Um auch deine Besonderheiten da auszuspielen, dass die andere Person sich denkt, okay, das klingt wie etwas Neues. Das trifft irgendwie genau meine Bedürfnisse. Das höre ich mir mal an. Dann geht es extrem. Das ist eines der wichtigsten Punkte, den im Endeffekt jeder vergisst. Ich hole mir die Bestätigung der Person ab, ob sie überhaupt Unterstützung haben will. Weil viele gehen dann sofort, ja, du hast ein Problem. Okay, lass uns mal telefonieren. Hol dir da wirklich die Bestätigung ab. Das übergibt die Kontrolle auch nochmal oder ein gutes Gefühl deinem Gegenüber, dass es nicht zu schnell geht, dass du nicht nur was verkaufen willst. Was halten sie davon, wenn wir kurz telefonieren, um zu verstehen, ob und wie wir ihnen da helfen können? Oder ich schlage vor, dass wir uns kurz ihre Situation ansehen, wie eine Lösung bei ihnen ausschauen kann. Was halten sie davon? Und wenn die Person dann ja sagt, dann kannst du sagen, okay, unter welcher Nummer erreiche ich sie? Telefonnummer immer als erstes. Kann man jetzt auch auf der Website nachschauen. Aber sollte die Person dann auf LinkedIn nicht mehr antworten, zur Uhrzeit, zu welchem Tag, dann kann man sie immer noch anrufen. Dann findet man den Zeitpunkt. Und im Endeffekt hast du dann da schon deinen ersten Lead und deinen ersten Termin über LinkedIn generiert. Lass uns jetzt mal ein Beispiel anschauen, wie dieser Nachrichtenablauf genau ausschauen kann. Also hier, hallo Herr Mustermann, bieten Sie ebenfalls vor Ort Service für Ihre Förderbandanlagen an. Konkretes Beispiel einer unserer Kunden, wo es darum geht, eine Software zu verkaufen, die für den Field Service gedacht ist. Field Service heißt der Service des Unternehmens, der nach draußen fährt, um Maschinen zu warten beim Kunden vor Ort. Dann zum Beispiel, ja, hallo Herr Schwienbacher, ja, das bieten wir an. Dann zwei und drei, was ich damit meine, sind hier die Auflistungen oben. Kannst du dann danach nochmal nachschauen. Die Frage deshalb, da wir selbst mit, genau, hier auch nochmal kann man die Empathie einfügen. Das werde ich danach im Dokument machen. Vielen Dank für die Annahme, Herr Schwienbacher. Vielen Dank für die Bestätigung, dass Sie das auch anbieten. Die Frage deshalb, da wir selbst mit Unternehmen wie Ihrem zusammenarbeiten, welche wie Sie eben Förderanlagen bzw. den Service dafür anbieten. Jetzt präsentierst du dich im Endeffekt. Wir helfen Ihnen dabei, den Field Service zu optimieren, indem wir mit unserer Software Leerfahrten vermeiden, sowie Informationen dort zur Verfügung stellen, wo sie gebraucht werden, damit die Kundenzufriedenheit sowie der Umsatz pro Kunde maximal hoch ist. Liegt Ihr Fokus aktuell darauf, Ihr Team besser auszubilden oder Ihre Tourenplanung zu optimieren? Wie du siehst, hier wie eine AB-Frage, die es einfach macht zu antworten. Dann hier die Antwort. Wir fokussieren uns aktuell darauf, die Tourenplanung zu optimieren. Und wichtig auch hier, wenn die Person so kurz antwortet, nimm das nicht als Demotivation an. Das ist ganz normal. Du kannst dir nicht vorstellen, dass wenn dir, oder du kannst dir nicht erwarten, wenn dir irgendjemand auf LinkedIn schreibt, dass er schreibt, ja danke Herr Schwienbacher, vielen, vielen Dank, ich werde jetzt meiner Mutter erzählen, dass du mich angeschrieben hast und danke, ich werde mir diesen Termin im Kalender eintragen. Also wenn da jemand ganz normal antwortet, ganz kurz, dann ist das ganz normal. Mach dir nichts draus, ist nichts Persönliches. Dann geht es weiter. Ja, das Tourenplanung optimieren wir. Dann geht es hier hin. Problem verstehen? Verstehe. Wenn die Touren nicht effizient geplant sind, kann es schon mal sein, dass es Leerfahrt und Co. gibt. Nicht? Das ist hier wieder diese Empathie, die ich ganz oben als extrem wichtig eingestuft habe. Weil wenn du das nicht machst und nur Fragen stellst, dann kommt das rüber wie ein Roboter. Und besonders im deutschsprachigen Markt wird das nicht gerne gesehen und ist auch eines der häufigsten Gründe, warum diese Chats nicht weitergehen in Richtung Nummer. Was haben Sie denn schon dagegen unternommen? Wir sind aktuell dabei, diese händisch zu machen, aber wirklich zufrieden sind wir noch nicht. Dann wieder Empathie. Ja, das glaube ich gerne. Das klingt ja nach dem blanken Horror. Wären Sie denn bereit, sich dort auch eine Softwarelösung anzusehen, um die Touren endlich effizienter zu machen? Also hier hole ich mir wieder die Bestätigung ab. Du, möchtest du da Hilfe holen? Ja, das wäre gut. Wie sieht da Ihre Lösung aus? Alles klar. Ich schlage vor, dass wir kurz telefonieren, um zu verstehen, ob und wie wir Ihnen da helfen können. Und vor allem die beste Lösung für Sie zu finden. Was halten Sie davon? Dann bestätigt die Person das wieder und dann frage ich, okay, unter welcher Nummer kann ich sie erreichen? Perfekt, dann passt es Ihnen in den nächsten Tagen am besten am Vormittag oder eher am Nachmittag. Auch hier mache ich das wieder mit A-B-Frage. Ich frage nicht, wann hast du Zeit? Weil ihr kennt das, das kennst du wahrscheinlich, wenn man mit jemandem einen Termin ausmacht, dann kann das sich ewig in die Länge ziehen. Dann, okay, er sagt Vormittag zum Beispiel. Und dann bist du derjenige, der zwei Termine vorschlägt und nicht, wann hast du am besten Zeit. Du schlägst das vor, behältst die Kontrolle und das aus der Erfahrung führt dann auch mit der höchsten Wahrscheinlichkeit zum Gespräch. Perfekt, dann machen wir Freitag 9 Uhr. Sehr gut, an welche E-Mail-Reise kann ich Ihnen die Einladung senden? Dann schickt er die E-Mail. Perfekt. Und dann, okay, dann sehen wir uns Freitag 9 Uhr. Lassen Sie uns doch gleich ein Zoom-Meeting machen. Ihr persönlicher Link finden Sie in der Einladung. Perfekt. Deshalb hier, das kann der Ablauf sein, wie du wirklich da auch erste Termine buchst, in dem Falle. Jetzt doch mal wichtig zur Erinnerung. LinkedIn ist eine langsame Plattform. Es kann wirklich sein, dass Personen erst nach einer Woche antworten. Es ist nicht wie bei Facebook, bei Instagram oder allen anderen Plattformen, wo man jeden Tag 15, 20, 40 Mal vielleicht auf der Plattform ist. LinkedIn ruft dann vielleicht zweimal den Tag auf, vielleicht einmal die Woche. Und deshalb sind auch da die Antworten so langsam manchmal. Deshalb, wenn das ist, gar kein Problem. Das ist einfach so. Wie auch vorhin angesprochen, erwartet ihr keine Hurra? Herr Mustermann hat mir geantwortet. Ich lasse alles stehen und liegen. Wenn die kurz antworten, liegt das nicht an dir. Das ist ganz normal. Dann, auch dazu. Jeder auf Social Media ist unaufmerksam. Wie vorhin angesprochen, stell dir vor, dein Gegenüber sitzt gerade auf der Toilette. Die scrollen gerade durch, kommen vielleicht von TikTok reizüberflutet oder auf Instagram oder haben gerade eine E-Mail geschrieben. Was weiß ich. Und jetzt bist du dran mit deiner LinkedIn-Nachricht. Wenner man schreibt, ich antworte später oder am Nachmittag, dann wird das höchstwahrscheinlich nicht passieren. Wir kennen das. Der Alltag holt uns ein. Deshalb ist es auch da, deine Verantwortung, da nochmal Follow-up zu betreiben. Also, dass du denen nochmal schreibst. Am Nachmittag oder am nächsten Tag. Du musst auch nicht 24 Stunden auf LinkedIn sein. Zweimal am Tag, vielleicht auch dreimal, 15 Minuten am Anfang und am Ende des Arbeitstages. Ich würde empfehlen, auch in der Mittagspause noch kurz was zu machen. Reicht vollkommen aus, um die Kontaktanfragen rauszuschicken und auch die bestehenden Chats zu beantworten. Wie du auch siehst hier, minimaler Zeitaufwand. Vielleicht wird es mal eine Stunde pro Tag, vielleicht mal eineinhalb. Das kann man auch an ein Team abgeben, wenn du diesen Leitfaden umsetzt. Aber, wie du schon siehst, das ist kein Vollzeitjob. Follow-up ist das A und O. Das vergessen ganz viele, die sagen, ja, jetzt hat er einmal nicht geantwortet. Der hatte wohl kein Interesse. Das kommt wieder hier zurück. Jeder auf Social Media ist unaufmerksam. Es kann sein, dass er das gelesen hat oder auch sie nicht geantwortet hat, weil ein Meeting dazwischen kam. Also, nimm auch das nicht persönlich. Das ist ganz normal. Follow-up, da kann wirklich 50% deines Umsatzes daraus entstehen. Wenn du bestehende Kontakte einfach nochmal anschreibst. Verwende auch keine Automatisierungen. Vor allem, du kannst es vielleicht am Anfang machen. Das verstößt aber gegen die LinkedIn-Regeln. Empfehle ich nicht, weil du ja nicht deinen Account gesperrt haben willst. Und erst recht nicht im Laufe der Unterhaltung. Unterhaltung. Wir in Deutschland, im deutschsprachigen Markt sind da extrem penibel und anfällig. Und stell dir einfach mal vor, jemand würde einen Automatismus bei dir verwenden. Also, mit dich einfach anschreiben. Was gibt dir das für einen Eindruck? Ja, der gibt sich gar keine Mühe, dem antworte ich nicht. Und dasselbe wird auch dir passieren. Deshalb, ja, das ist etwas Aufwand. Aber das Ergebnis, das steht in keinem Verhältnis zum Aufwand. Also, da können fünf, sechsstellige Projekte ausschauen. Verhalte dich auch nicht wie eine Automatisierung oder wie ein Roboter. Lies dir wirklich durch das, was dein Gegenüber geschrieben hat. Zeig Empathie. Wiederhol das nochmal, wie du auch vorhin gesehen hast. Ja, das klingt wie die blanke Hülle oder die reinste Hülle. Und dann stellst du die Frage an. Nicht nur Fragen stellen. Je besser dein Profil aussieht, desto mehr Annahmen auf deine Kontaktanfragen bekommst du auch. Also, wenn du kein Profilbild hast, irgendwas komisches im Banner stehen hast, vielleicht deine aktuelle Position nicht ausgefüllt ist, dann werden dir auch weniger Leute die Kontaktanfrage bestätigen. Auch ein wichtiger Punkt, sende maximal 30 Anfragen pro Tag. Starte vor allem zu Beginn mit 10 und arbeite dich langsam hoch. Weil LinkedIn sieht das auch. Und wenn du da zu viele rausschickst, kann es wirklich sein, das verstößt dann gegen die Richtlinien, dann kann es sein, dass sie den Account sperren. Und dann hast du gar keine mehr. Deshalb da lieber Vorsicht walten lassen und wirklich nur 30 Anfragen pro Tag ausschicken. Wenn du die Bezahlversion hast, dann hast du kein Limit monatlich mit individualisierter Nachricht. Wenn du keine Premium-Version hast, dann ist es so, dass ab einem gewissen Punkt die Anzahl der Kontaktanfragen mit personalisiertem Text, die werden dann irgendwann eingeschränkt. Deshalb empfehle ich auch hier, die Bezahlversion zu kaufen. Da gibt es tatsächlich auch eine kostenfreie Variante im Sinne von, wenn dich jemand einlehnt, der den Sales Navigator schon hat, dann bekommst du ein oder zwei Monate gratis. Weiß ich nicht mehr genau, müsstest du nachschauen. Deshalb, wenn du da jemanden kennst, schreib den gerne an, der kann dich da einladen. Sende auch nicht alle Anfragen auf einmal. Verteile das lieber über den Tag. Das sieht LinkedIn auch lieber, als wenn du 30 Anfragen in 30 Minuten rausschickst. Das kann auch ein Problem werden. Auch ein wichtiger Punkt, LinkedIn ist eine soziale Plattform. Deshalb interagieren im Feed schadet nicht, aber erwarte dir jetzt da keinen planbaren Umsatz, weil viel, viel effektiver ist, die Personen anzuschreiben. Was ich dir empfehle, ist 3, 4, 5 Posts. Posts in deinem Profil zu haben, die einfach Expertise zeigen. Die zeigen, okay, der hat Ahnung. Das hilft auch noch mal bei der Annahmerate, bei den Kontaktanfragen. Aber du musst jetzt nicht jeden Tag posten. So einmal die Woche reicht vollkommen aus mit den Punkten, die deinen Kunden eben wichtig sind, deinen Interessen. Und auch hier, lieber direkt anschreiben, als darauf warten, dass jemand auf deine Beiträge reagiert. Und auch ein kleiner Bonus-Tipp. Wenn jemand auf deine Beiträge reagiert, schreib den ruhig mal an. Vielen Dank für das Like. Was hast du besonders interessant gefunden? Oder bist du auch in der Zielgruppe? Und dann kannst du wieder diesen Gesprächsleitfaden verwenden. Und einen kleinen Bonus in dem Fall, weil du bis am Ende des Videos geblieben bist, LinkedIn, und das verheimlichen ganz viele Agenturen, ist eines der besten Lead-Quellen. Wie du schon gesehen hast, du kannst die Ansprechpartner raussuchen und die kannst du auch für andere Medien verwenden. Du kannst zum Beispiel die E-Mail rausfinden, denen eine Cold-E-Mail, also eine kalte E-Mail einfach direkt schicken. Du kannst die kalt anrufen, du kannst ein Mailing dahin schicken, du kannst Werbung auf diese Personen targetieren. Das ist eines der riesigsten Chancen, die die meisten noch verpassen. Das LinkedIn, die haben glaube ich mittlerweile über eine Milliarde Nutzer. Du hast eine super Möglichkeit, deine Zielgruppe rauszufiltern, also wirklich extrem detailliert. Vor 20 Jahren wäre das undenkbar gewesen. Und dann danach kannst du diese Personen bespielen. Was viele Agenturen verheimlichen, die machen genau das und verkaufen dir dann die Leads als, ja, wir haben das, das super Netzwerk und so weiter. Brauchst du nicht glauben. Die schauen einfach nur ein Linkchen rein, filtern die raus und schicken dir die dann. Deshalb jetzt hast du die Möglichkeit, das selbst zu machen, selbst Leads zu generieren. Deshalb, wenn du jetzt auch wissen willst, wie die Strategie bei dir ausschauen kann, wie vielleicht auch eine Skalierbarkeit ausschauen kann, wie du deine Dienstleistung konsequent weiterentwickeln kannst, auch dein erklärungsbedürftiges Produkt, ohne eure Identität zu verlieren, um dem Zeit-gegen-Geld-Geschäft zu entkommen oder auch wenn du Fragen hast, hier melde dich gerne bei dir, sei es auf LinkedIn, kannst du mir gerne eine Kontaktanfrage schicken oder einfach eine Nachricht. oder wenn du sagst, du, ich möchte mal eins zu eins mit dir, Georg, sprechen und wir schauen uns mal an, wie so die nächsten Hebel bei dir ausschauen, um wirklich zu wachsen, um dich vielleicht aus dem Tagesgeschäft rauszukriegen, dann buch dir einfach hier auf dem Link, da geht ein Kalendli auf. Wir nehmen uns da wirklich 45 Minuten Zeit, wo ich dir schon mal alles mitgebe, was du einfach brauchst für dein nächstes Wachstum. Deshalb, ich wünsche dir da weiterhin viel Erfolg. Dein Software, Georg. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.